Freizeitaktivitäten Jeder verbringt das Wochenende anders. Herr und Frau Meier haben mit ihren Kindern ein Theater besucht. Das Theater besuchen Familie Petersen steht morgens sehr früh auf und joggt durch den Wald. Joggen Samstagabend geht Paulas Familie immer tanzen. Das hält jung. Tanzen Susanne und Anton haben das ganze Wochenende am Computer gespielt. Am Computerspielen Familie Forstner hat am Wochenende im Hallenbad eine Stunde geschwommen. Im Hallenbad schwimmen Anna ist mit ihren Freundinnen Fahrrad gefahren. Fahrradfahren Gabriel hat mit seinen Freunden Musik gehört. Musik hören Familie Grün hat eine Gartenparty für die ganze Familie veranstaltet. Eine Gartenparty veranstalten Lukas und Bettina haben Volleyball auf dem Sportplatz gespielt. Volleyball spielen Familie Staber hat in einem Riesen-Aquarium viele exotische Fische bewundert. Olivia hat eine Landschaft in Aquarell gemalt. In Aquarell malen Familie Graber treibt Wintersport. Alle können sehr gut Ski und Schlittschuh laufen. Skilaufen Schlittschuh laufen Jutta und Gilbert sind mit ihren Kindern an einen See gefahren, um das Wochenende im Familienkreis zu verbringen. Im Familienkreis verbringen Am Samstagabend hat Ottos Familie eine Stunde Fußball gespielt. Fußball spielen Hanna hat mit ihrem Mann und den Kindern ein Picknick im Grünen gemacht. Ein Picknick machen Doris hat mit ihren Kindern einen Kuchen gebacken. Einen Kuchen backen Renate hat mit ihrer Familie und dem Hund einen schönen langen Ausflug in den Park gemacht. Den Ausflug machen Der Ausflug Vielen Dank.